Hinterm Bauwagen, der Löwenzahn-Fan-Podcast mit Julian und CF. Pusteblume, düdliling, heute mit CF, das bin ich, der Esel nennt sich zuerst, und Julian. Hallo, schöner Vorspann, ebenso schöner Abspann übrigens, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Julian, du sitzt ja jetzt direkt bei mir, weil du hast ja für drei Mark Aufpreis den ICE gebucht und bist dann einfach zu mir gefahren. Genau, aber nur zweiter Klasse, zum Glück gibt es ja die Holzklasse nicht mehr, die habe ich ja bei allem im Modell dabei. Ja, und das kannst du dir jetzt leisten, du bist ja jetzt nicht so ein Politiker, der das nur darf, sondern es ist ja jetzt für jedermann freigegeben. Ja, genau, das ist ja ganz bequemes Reisen und man kann ja sogar, muss man allerdings den Umweg über die Sekretärin gehen, auch raus telefonieren. Das ist, oh, das ist ja krass. Ja, es gibt so viel zu sagen heute, hatten wir auch vielleicht letzte Woche die kürzeste Folge aller Zeiten, wird das heute, glaube ich, eine recht lange Besprechung. Ich möchte kurz einen Kommentar vorwegnehmen, denn ich habe natürlich auch geguckt, wie sieht denn die Allgemeinheit, wie sieht denn der Otto-Normal-YouTuber diese Folge? Und ich habe mal geguckt, was so bei den YouTube-Bewertungen oder bei den Kommentaren steht und ein Kommentar, den habe ich mir rausgeschrieben und zwar, wie viel Personal da noch nötig war für so einen publiken Bahnhof. Das fand ich sehr, sehr gut. Stand nicht auf sowas wie, ja guck mal, bevor hier, wo es noch nicht privatisiert war, da lief noch alles und da ist alles, also das sind ziemliche Hate-Kommentare. Wie viel Nostalgie ist dabei, also du kennst ja die Leute, es gibt für alles ihre Fan-Bubbles und für sowas, dass natürlich für jemand, der jetzt Bahnhofs-Fan ist, ist diese Folge ein gefundenes Fressen. Ich sage aber so, Leute, die da runterschreiben, ja, da war die Welt noch in Ordnung. Wir hatten das schon mal in unserer Podcast-Folge Nummer 8 von der Folge 121 Peter will auf die Schiene, da haben wir schon gesagt, naja, also dieses manuelle Stellwerk, da fühle ich mich ehrlich gesagt nicht so sicher wie mit einer Software-Gesteuerten, die automatisch mitdenkt. Aber gut, das muss man sehen, wie man möchte. Also ist das schon ganz gut, dass hier so ein bisschen was wegrationalisiert wurde und der technische Fortschritt reinging. Also viele Berufe, die wir heute besprechen, wird es in dieser Form aktuell nicht mehr geben, aber die Menschen sind, denke ich, auch längst da mit Fein und längst in Rente. Ich würde auch sterben, wenn dieser Telefon-Sound bei mir die ganzen Tag durchklingelt, weil das ist kein Telefon-Sound, das ist ein Feueralarm, der da durchklingelt. Ist das eine Folge, wo man jetzt sagen kann, die ist schlecht gealtert? Nee, du, allein in der ersten Szene, wenn ich diesen Sepia-Filter und die Autos aus den 80ern sehe, würde ich sagen, das ist alles noch so. Also das ist ja die zweite Folge, die wir überhaupt besprechen, von Pusteblume, zugleich aber auch im Prinzip die letzte im Fernsehen gezeigte. Es gab danach noch zwei Folgen, die nur auf Video rausgekommen sind, auch die Geschichte von Pusteblume ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Also haben wir jetzt im Prinzip dann die erste Pusteblume und sozusagen die letzte Fernsehpusteblume besprochen dann heute. Wobei das halt auch nicht so wirklich eine Fernsehpusteblume ist, sondern eine gewollt produzierte, um sie zur Hälfte zu verkaufen produzierten Folge ist. Das ist ein paar Jahre später noch auf DVD rausgekommen, von der Deutschen Bahn veröffentlicht als Classic-Bonus-Film und so weiter. Genau, es ist eigentlich ein Werbefilm für die Bahn. Hier kommt auch nichts an Einspielern in dem Sinne vor. Die erste Pusteblume war ja noch so ein bunter Mix. Das hier ist quasi eine durchgehende Geschichte und die wollen wir jetzt auch mal Stück für Stück durchgehen. Also es gibt wirklich, wirklich viel hier heute zu sagen und zu besprechen. Ich habe mir noch nie so viel rausgeschrieben an Zitaten oder Begriffe wie heute. Also gucken wir mal, wohin die Reise geht. Es gibt auf jeden Fall einen Pressetext. Der ist aufgebaut wie so eine Pyramide. Die Sätze werden immer länger. Ja, und ja, da kann ich dann mal mit dem kürzesten Satz anfangen. Oder du, mir egal. Ja, ich grätsch mal ein und beginne jetzt einfach. Bitte. Das ist so ein kleines, deutet schon hin. Ach, ich wollte eigentlich den ersten Satz. Bestimmt ist der letzte, nämlich der längste. Das werden wir jetzt herausfinden. Korrekt, das ist tatsächlich eine Pyramide. Ich mache mir das ja immer so auf. Mit Absitz. Ja, genau. Und das ist jetzt, es wird jetzt von Satz zu Satz länger, aber es fängt sehr kurz an. Okay, so ein Ärger. Peter wollte in die Stadt. Doch leider ist ihm der Zug vor der Nase weggefahren. Immerhin eine Gelegenheit, sich auf dem Bahnhof umzuschauen. Nie hätte Peter gedacht, dass für einen reibungslosen Zugverkehr so viel zu beachten ist. Schließlich heißt es auch für ihn, einsteigen in die besonders schnelle Lokomotive eines Intercities. Ich will schon lachen. Das ist einfach ehrlich. Also die Folge heute. Also hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Ich muss jetzt schon mal spoilern. Klären wir doch erstmal die Grundlagen. Wir beide sind Öffi-Nutzer. Hast du eine Bahncard? Aber auch erst seit ein paar Jahren. Also ich habe ja immer, ja solange ich konnte, bin ich mit dem Auto gefahren. Als ich dann in die große Stadt, für mich große Stadt ist, jetzt wo ich in London war, weiß ich, das ist ein kleines Dörfchen hier in Düsseldorf. Gezogen bin, hatte ich ja kein Auto mehr. Also jetzt auch erst seit ein paar Jahren bin ich Öffi-Nutzer, brauche das Auto auch nicht mehr, habe eine Bahncard, aber nur eine kleine. Okay, hallo, ich bin CF, ich bin seit 2016 Öffi-Nutzer, habe aber in meinem ganzen Leben noch nie eine Bahncard benötigt. Und ich habe auch ausgerechnet, ich fahre so wenig Fernverkehr, für mich lohnt sich das auch tatsächlich nicht. Nicht mal die 25. Das ist tatsächlich ein Rechenspiel. Und im Prinzip, das, was ich buche, ist auch meistens weit im Voraus. Also das geht sich, glaube ich, auch bei mir gerade so auf. Ja, also immer, wenn irgendwie diese 29-Euro-Spartickets da sind, dann bin ich am Start und im besten Fall noch mit irgendeinem Duplo-Coupon von 10 Euro oder so 19 Euro. Das nächste Mal, wo ich nach Hamburg fahre, das ist Mitte Dezember und das ist schon gebucht und da kosten beide, also eine kostet 22,40 Euro und die Rückfahrt 19,40 Euro. Und ich fahre auch übrigens in Intercity, also diese schönen, modernen Züge. Das wollen wir nochmal sehen, ob die noch modern sind. Ich fahre aber auch an der Uhrzeit und dass ich da halt das weit vorher weiß. Wer fährt schon sonntags morgens um sechs oder so zurück, das macht ja keiner. Oh Gott, da weiß ich ja jetzt, was mir blüht. Okay, so, Sepia-Filter grüßt. Wir sind in der ersten Szene von dieser Folge von 1981. Wir sind am Münchner Bahnhof, wenn ich das richtig vernommen habe. Und da müssen wir später auch wieder hin, denn wir wollen nach Dortmund fahren. Und wir fahren am Tag und wir fahren mit der Nacht zurück. Also hier wird wirklich alles rausgeholt, was die Deutschen waren damals. Das ist eine einzige Werbeshow gerade. Ein Schulomnibus und so. Also hier kriegst du wirklich das volle Programm, auch nette Kunden und nette Mitarbeiter. Und hier wird so richtig Service rausgeholt. Nur Peter, der kommt zu spät. Sein Zug ist ihm gerade vor der Nase weggefahren. Oh nein, Peter. Aber das ist doch kein Problem, denn im Führerhaus, das kennen wir ja noch mit diesem Stellwerk aus der benannten Folge, da sagt der Kollege, na pass auf, nehmen Sie doch den Intercity. Na ja, ich weiß ja nicht, der ist doch safe nicht mit seiner jetzigen Fahrkarte nutzbar. Nein, ist es auch nicht. Dazu kommen wir gleich. Zum Glück wird darauf eingegangen. Ja, das wäre ja noch besser, wenn er in einer Werbefolge Straftaten begeht. Ja, oder wenn das einfach unter den Tisch fällt, dass es teurer ist. Genau, denn wir möchten nochmal ganz kurz bei Löwenzahn Folge 121, ist das ja eine Anti-Werbung. Da fährt der ja die ganze Zeit schwarz, versteckt sich auf dem Klo, wenn der Fahrkartenkontroll hört. Die wurde auch nicht nochmal veröffentlicht auf DVD. Eigentlich müsste man irgendwann mal so eine DVD mit der neuen Folge bespielen und sagen, hier, Werbung für die Deutsche Bahn. Ist auch ganz komisch. Die haben das auch in zwei Teilen dann nochmal veröffentlicht. Das ist sowieso, also was das soll, ich weiß nicht, in verschiedenen Nostalgie-Reihen von Deutsche Bahn-DVDs. Ein bisschen merkwürdig, aber natürlich auch witzig, weil das ist ja letztendlich auch tatsächlich Nostalgie pur, was wir hier jetzt alles sehen. Allein schon wie der Mensch hier im Führerhäuschen da vor diesem, ja, sagen wir mal, Geduldsspiel. Ich möchte am liebsten, möchte ich da so eine Kugel durchschieben. Und er stellt da in der Tat gerade alles um und er kann ja, er sagt ja auch, er kann da sehen, wann der Zug kommt. Also da bin ich doch froh, dass man da digitale Anzeigen hat und nicht irgendwie so ein Lichtchen, das da hinten leuchtet. Ach ja, jetzt leuchtet das hier vorne, jetzt ist der Zug da. Nein, 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 das geht dann so, die rufen an mit dem unfassbar schönen Telefonklingelton und die sagen dann, du, wir sind jetzt auf 86, 85, 13 und dann musst du ja das in dem Stellwerk vorholen. Und dann sagt er, versenkt. Ja, genau. Was heißt versenkt? Na ja, gucken Sie mal vor sich. Oh oh. Und das war's. Ja, also, ja gut, der nächste Zug kommt um 10.14 Uhr, er wird Peter vorgeschlagen. Peter sagt, okay, gut, ich muss ja meine Erbschaft abholen. Das ist ja der Grund, warum Peter unterwegs ist. Was er geerbt hat, weiß er aber nicht. Und er sagt, na ja, vielleicht ein Haus, vielleicht auch nur Silber und einen Löffel. Vielleicht aber auch etwas, was mit diesem Thema zu tun hat. Ja, das ist ein großer Zufall. Das ist das Einzige, was ich ja heute im Realismus angreifen muss. Findest du? Na ja, ich weiß ja nicht. Also ich dachte, das ist schon, im Prinzip ist das ein großer Sachbeitrag. Der ist schon, ich würde, den Realismus würde ich heute wirklich sehr weit nach oben setzen. Okay. Gucken wir mal. Wir streiten nachher. Ja, okay. Denn Peter erklärt sich jetzt erstmal selbst, der ist ein selbstständiger Mann, der sich selbst auch erkundet hat. Deswegen kann er uns jetzt sagen, wenn ich Zeit habe, dann schaue ich mir mal Sachen genauer an. Oder was er damit sagen möchte ist, wenn ihm langweilig ist, begeht er immer Straftaten und nervt andere Menschen. So auch hier. Denn jetzt guckt er erstmal wieder ins Führerhaus. Guckt mal, was klingelt da hinten für ein Telefon. Und ja, schaut sich so ein bisschen um. Und jetzt quatscht er wieder mit dem Typen im Führerhaus, als hätte er nichts zu tun. Und das erklärt ihm auch, du, ich habe hier verdammt viele Sachen zu tun. Aber pass mal auf, der Kollege gleich, der kann immer richtig, der hat Langeweile ohne Hände. Ja, das ist ein Big Match, weil Peter sagt auch, naja, also wenn ich hier im Prinzip gerade nichts zu tun habe, Langeweile macht mir überhaupt nichts aus. Es gibt ja überall was zu sehen und er kann ja den Intercity nehmen und den preist er auch noch an und sagt er, ach, dieser schnelle, bequeme Zug, der überall Vorfahrt hat. Ja, ja, genau den können sie nehmen. Was für eine Werbung. Geht Peter nach vorne, redet mit uns und sagt das nochmal. Ich war jetzt mit diesem schnellen Zug, der überall Vorfahrt hat. Also es ist nicht praktisch. Bevor wir diese ganze Werbung natürlich anonym verbuchen, guckt er aufs Telefon und sagt, ach, ZDF? Nein, ZBF, das ist ein Akronym für die Deutsche Bahn auf diesem Telefon. Aber dass er unbedingt nochmal ZDF erwähnen muss in dem Moment. Ja, süß. Eieiei, na gut. Zugbahnfunk heißt es in dem Fall. Und in der Tat, die sind die ganze Zeit miteinander am Telefonieren. Aber es ist halt alles noch, immerhin gibt es schon Telefon, muss man ja sagen, kann man auch die Folge nennen. 1881, immerhin gibt es schon Telefon. Geile Sache. Nun gut, wir kommen erstmal zum sehr, sehr kleinen Fahrkartendrucker. Ich weiß nicht, ist das nicht irgendwie eine Industrienähmaschine oder was ist das? Ja, ich meine, das ist ja auch die Frage jetzt hier. Der Automat hier, der druckt die Fahrkarten und dann kommt die Information, das ist ein sogenannter Drucker. Also das ist schon eines meiner Lieblingszitate überhaupt hier gewesen, dass man sagt, ja, das hier ist ein sogenannter Drucker. Damit kann man was drucken, das finde ich super. Und du musst noch die nächsten drei Buchstaben mitnehmen, die dann erfolgen. Das ist ein sogenannter Drucker, der druckt Sachen. Aha, kommt nämlich noch mit hinten dran. Es ist so. Wir sehen auch dann davor noch, wie die Fahrkartenverkäuferinnen die Kasse übergeben. Das muss natürlich alles stimmen. Wir sehen quasi wirklich so das ganze Treiben am Bahnhof. Peter trifft einen Bahnhofsvorseher und der sagt, ich habe Zeit, wenn Sie wollen, dann zeige ich Ihnen jetzt einfach alles. Und der geht mit Peter jetzt wirklich, und das machen wir jetzt ja auch, Stück für Stück den ganzen Bahnhof ab. Währenddessen wird noch eine, sich erkundigt am Tickethäuschen, was denn jetzt hier eineinhalb Personen sind. Ab wie viel, ist es ein Gruppentarif? Dann sagt die Frau, ja, ab zweieinhalb. Dann sagt er, was ist denn eineinhalb? Ja, das ist natürlich ein Kind von vier bis zwölf. Das ist halt so. Peter muss ja da auch hin. Er muss ja seinen ICE-Zuschlag noch kaufen. Richtig, denn er bezahlt die drei Mark dafür. Das ist unfassbar, wie er ins Portemonnaie greift. Jetzt wo, jetzt wo hier auf einmal. Hier ist er ja noch Hausbesitzer. Ich merke schon, hier ist irgendwas los. Und nicht nur das, sondern er bezahlt sogar zweimal 50 Pfennig für das Schließfach. Auch das auch super gut. Und er sagt ja noch, ich nehme zweite Klasse, vielleicht dann ja erste Klasse zurück. Da wird ihm ja noch viel Glück gewünscht für seine Erbschaft. Also hier gibt es einfach, es ist einfach, das Schließfach zweimal, da weiß ich auch nicht genau. Kann man da auch eine Mark reinwerfen, da muss man wirklich zweimal 50 Pfennig? Ja, warum erwähnt er zweimal 50 Pfennig? Das hat mich auch ein bisschen verwundert. Noch mehr verwundert mich, warum er denn jetzt die Tasche da ablegt. Weil die nimmt er ja später mit. Also es ist ja nicht so, dass... So groß ist es ja auch nicht. Ja, um das halt mal gezeigt zu bekommen. Genau, er schließt sie nur ein, um das zu zeigen. Ansonsten braucht er die Tasche eigentlich. Genau, und es wäre noch ein Gag gewesen, wenn er den Schlüssel verliert. Das wäre natürlich auch noch möglich gewesen. Denn das wird erwähnt, den Schlüssel mitnehmen. Sonst gibt es hier gar nichts wieder auf Räunchen. Gut, Kofferservice, die Restaurant, beziehungsweise Bar, die Restaurantbar wollte ich sagen. Ich meine, heute ist der Warteraum für Erste-Klasse-Kunden vorgesehen. Damals war der noch für alle da und der Kommentar des netten Mitarbeiters, naja, wir sind ja auch ein gemütlicher Bahnhof. Es ist in der Tat ein gemütlicher Bahnhof mit ganz vielen Leuten und da ist es nur, dass sie sich irgendwie so gegenseitig so umarmen die ganze Zeit, die Leute. Das muss man wirklich, für Leute, die noch nie in der DB-Lounge waren, da kommst du ja als Normalo nicht einfach so rein. Ja. Also, wenn ihr immer gedacht habt, boah, Bahnhof, da zu warten, das ist die Hölle. Nur, wenn du eine DB-Lounge hast mit gratis Getränken und du wirst empfangen mit, oh, möchten sie noch einen Müsli-Riegel oder sonst irgendwas, die nochmal unterteilt wird in First Class und einfach nur normale Erste Klasse. Leute. Ich glaube, man kommt da jetzt auch mit, das wird uns irgendjemand sagen, mit Bahncard 50 schon rein. Ist das so? Glaube. Also, ich war nämlich da zuletzt mit jemandem drin und der hat garantiert kein Erste Klasse Ticket oder keine, wie hieß die noch, diese Jahreskarten und so. Nein, nein, der hat auf jeden Fall, ich glaube, das geht auch. Und dann kann man auch hier eine Person mitnehmen, das ist wahrscheinlich wieder jetzt ein bisschen aufgeweicht worden. Hier, damals, das sieht ja aus wie bei Oma, als wenn die irgendwie Silber in Hochzeit feiern. Ja. Achso, du kommst mit Bahncard 50 rein, aber sagen die dann auch, möchtest du Müsli-Riegel? Ah, oh, Bahncard 50. Entschuldigung. Nee, geben Sie mal bitte wieder her. Ich habe schon angebissen. Ja, ja, trotzdem, bitte geben Sie es wieder her. Das weiß ich jetzt nicht genau, weil ich habe da zuletzt vor eineinhalb Jahren drin gesessen mit jemandem und der hatte eine Bahncard 50. Aber vielleicht ist das auch Corona-bedingt, was weiß ich, das kann ich jetzt nicht genau sagen. Ist ja nicht so wichtig, aber damals war das halt noch für alle da. Tja, Wahnsinn. Ja, wir sehen auch, wie die Schulklasse jetzt entweder zur Schule muss oder wieder von der Schule weg möchte. Das weiß man nicht so genau. Und dann gehen wir, denn das kann ja Peter nicht einfach, also das geht nicht anders, wir gehen natürlich auch auf der Schiene entlang. Oder sprich jetzt, den Güterbahnhof müssen wir vielleicht noch ganz kurz mitnehmen. Ja, also erstmal ein Schienen-Omnibus, habe ich noch nie gesehen. Also hier geht es auch darum, und da kann man natürlich das wunderbar so machen, wenn der Typ Peter das zeigt, dann kann man alles, ohne irgendwie eine Geschichte drumherum bauen zu müssen, alles einfach runterbringen. Ja, und jetzt sehen Sie das hier. Und da ist das hier. Und da sind die Güterzüge. Ja, es sind natürlich unterschiedliche Waggons, und das sind ganz lange Güterzüge, und die fahren auch überall durch. Also hier kann man wirklich ohne sich irgendwie, ja, deswegen finde ich das auch so realistisch, weil man kann ja nochmal alles sich mal angucken. Hier braucht man nicht irgendwie so eine wilde Geschichte drumherum stricken. Nö, es wird einfach als Werbung deklariert, ohne es zu deklarieren. Aber es ist auch schön, wie hat der Typ denn jetzt zu dem Güterzug gefunden? Ja, ich wurde angerufen. Wie hast du denn die Schranke jetzt runtergemacht? Wer hat es denn gesagt? Ich wurde angerufen. Ja, genau. Ist das nicht auch irgendwie so eine Telefonwerbung? Und das ist auch wichtig, dass man sich da gut zuhört. Da bin ich die ganze Zeit, nimm doch Walkie Talkie, seid doch immer in Verbindung. Naja, aber wir gehen wirklich auf den Schienen entlang. Da sagt aber der gute Herr, das ist hier gar nicht gern gesehen, das dürfen sie jetzt nur, weil ich dabei bin. Nun könnte ich dir auf Anhieb, glaube ich, drei Folgen nennen, in denen Peter bei Löwenzahn auf den Schienen ganz alleine geht. Das hat er bis dahin wieder vergessen. Das hat natürlich nie stattgefunden. Vielleicht hat er sich auch gedacht, ja, ja, genau. Ich kenne da wen, der erlaubt mir das. Ja, so. Und jetzt sind wir in so einem kleinen Führerhäuschen, bei dem auch über Telefon kommuniziert wird, um Schranken runterzulassen. Genau, das ist der Schrankenwärter. Und da erinnere ich mich ja, ich komme ja vom Dorf aus dem Cuxhafen, und da gab es das noch oft, so diese kleinen Häuschen. Ich weiß nicht genau, wann dieser Job letztendlich, also zumindest stehen wahrscheinlich auch heute noch wahnsinnig viele von diesen Häuschen an allen möglichen kleinen Übergängen auch. Einfach. Boah, ich weiß es nicht. Ich kenne es eigentlich nicht. Aber gut, ich bin auch nicht so alt wie du. Das ist ein wichtiger Job gewesen damals. Da musstest du wirklich aufpassen. Und du hattest ja kein, zum Glück kann man sagen, kein Smartphone, wodurch du dich mit ablenken könntest. Gut, da kann man jetzt das Smartphone geben, hätte ich die Technik auch nicht mehr so gehabt. Aber er hatte jetzt nicht so wahnsinnig viel Ablenkung. Er musste das schon alles ganz genau machen. Da wurde miteinander telefoniert. Dann ist er da hingegangen, ist gekurbelt, dann hat er noch erklärt, wie früh er noch kurbeln muss, für jeden Zug natürlich unterschiedlich früh, weil das sind ja auch unterschiedlich schnell. Und ja, und Peter wird das da alles in Ruhe erklärt. Das finde ich sehr nett. Ich finde es aber auch gut, dass uns gesagt wird, was passiert eigentlich, wenn der Typ jetzt wirklich mal am Smartphone daddeln würde? Fährt dann der Zug einfach durch? Nein, dann bekommt der Zug einfach gar keine Erlaubnis, da durchzufahren, weil die Schranke rum ist. Genau, das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, denn hier wird ja schon so ein bisschen, also gerade für uns, die jetzt hier sehr verwöhnt sind von Technik, wird jetzt hier schon so ein bisschen alles in Frage gestellt, weil wenn hier der eine nicht ordentlich aufpasst, dann bricht ja alles zusammen. Das zum Glück nicht. Nein, denn der Herr, er betont zweimal, Sicherheit wird bei uns groß geschrieben, die Deutsche Bahn. Wir fahren auch bei Wind und Wetter. Und dann bekommt, das ist eigentlich, glaube ich, das weiß nicht, ob du das notiert hast, wahrscheinlich nicht, ist mein Lieblingssatz hier, dann wird nämlich gesagt, jeder Zug hat eine Nummer. Das fragt Peter und der Schaffner sagt, ja, genau, das haben wir ja eben schon gesagt. Wie gesagt, ja, ja, genau. Das haben wir ja eben schon mal gesagt. Das ist auch generell so ein Ding, das sind ja wirklich offensichtlich keine Schauspieler und das ist ja schon wahrscheinlich vorher ungefähr besprochen, was Peter fragt und so, aber das Gespräch selber ist auch sehr ruckelig oft. Also, das ist nicht so richtig, vielleicht war den Leuten auch nicht wirklich klar, drehen die jetzt hier was Fiktionales oder machen die auch eher einen Sachbeitrag oder werde ich hier gar interviewt. Das ist alles nicht so ganz klar, wobei am Anfang heißt es ja noch hier, wir haben hier Besuch und dann sagt Peter, ich würde mich gerne mal umschauen, hier bei dem Typen da, in dem Schrankenhäuschen. Also, das ist schon irgendwie so ein bisschen in eine Geschichte gebettet, aber so ganz klar ist es nicht. Die erklären das schon noch mal so, ja, fast wie in einer Dokumentation. Es ist eine Dokumentation, alles andere lasse ich nicht durchgehen. Ich meine, Peter, da geht es ja um eine Erbschaft, hast du das ganz vergessen? Stimmt, deswegen sitzen wir jetzt auch im Zug, denn hier ist so ein kleiner Cut, denn der Rundgang ist beendet, der große Werbeteil ist vorbei, noch nicht so ganz. Peter wird noch freundlich verabschiedet, das wird ihm noch nachgewunken. Nachgewunken. So, wieder ein Gast, glücklich gemacht bei uns am Barlo. Mal gucken, wer sich jetzt alles zeigen lassen will. Es bestimmt wird jeder so behandelt, wird vom Schaffner persönlich zugewunken und eine gute Fahrt gewünscht. Gut, wir sind im Abteil, Peter möchte jetzt auch sitzen. Wir sind so viel gelaufen, wir möchten jetzt hier auch mal sitzen und Zeitung lesen. Gemütlich, sagst du? Ich weiß ja nicht. Es soll, glaube ich, gemütlich sein. Wir sitzen, Beine übereinander geschlagen, Zeitung in der Hand und dann sagt er, früher sind hier nur die besseren Leute damit gefahren, heute kann sogar ich damit fahren. Das sind doch, das sieht so ein bisschen aus wie diese alten HKX-Züge, die FlixTrain dann auch lange Zeit genutzt hat, wurde so sechs Mann in einem Abteil und es ist auch wahnsinnig eng. Und es gibt nur Abteile, und es gibt nur Abteile, ne? Ja, und es gibt nur Abteile und ich weiß, bist du mit sowas mal gefahren? Ja, ich glaube einmal in meinem Leben. Ich bin zweimal damit gefahren und, ja gut, FlixTrain hat halt 20 Euro gekostet, ne? Also damit bin ich halt auch wirklich durch halb Deutschland gegangen. also da komme ich jetzt günstiger. Ja, ja, die FlixTrain kann man auch spontan buchen, die kosten immer nur 20 Euro. Ja, 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 genau. Ich hab das, ich bin nicht so, so weißt du doch. Klar, wenn ich jetzt heute noch nach Hamburg wollte, wäre das natürlich schon wahnsinnig teuer. Dann würde ich wahrscheinlich, oh, dann würde ich wahrscheinlich absagen. Also, an dem Tag buchen ist immer so ein Hunni, würde ich sagen, ne? Ja, genau, das ist, das ist doof. Ah, na gut. Du, ich hab noch nicht genug Werbung von der Bahn gesehen. Könnten wir vielleicht noch das Interieur zeigen? Das ist doch ganz toll. Da sagt Peter jetzt auch, ja, ich bin jetzt genug gelaufen, guckt euch das mal selber an. Ja. Und jetzt kriegen wir im Prinzip tatsächlich alles zu sehen. Und da muss ich sagen, beim Badezimmer habe ich mir dazu geschrieben, schick. Das Badezimmer finde ich eigentlich viel hübscher, als ich das je gesehen habe. Also, das ist schon, auch was den Speisewagen angeht oder gar die Küche mit dem Koch. Also, das ist alles im Laufe der Jahre schlechter geworden. Gibt es das noch so einen richtigen Koch? Es gibt doch immer nur noch so fertige Bistro-Zeug. Ja, genau. Das heißt ja auch nur noch Bordbistro und nicht mehr Speisewagen. Finde ich auch maximal kompliziert, mit diesem Koch, muss ich sagen. Aber Peter probiert natürlich alles aus. Ja, denn er möchte ja nicht mehr aufstehen und potz, plitz, sage ich mal, sitzt er schon im Speisewagen. Wir haben ja sogar extra eine Abwaschkraft. Ich glaube, heute macht einfach einer alles, oder? Also, einer im Bordbistro, der alles verkauft und der holt auch noch Kaffee für den Kunden an Sitz in der ersten Klasse und sonst irgendwie, keine Ahnung. Ja, und dann ist genau das gezeigt, was du meintest. Jetzt kommt das Beste. Ja, komm, erzähl es uns. Also, erstmal ist ja die Frage, dass wir danach noch kurz gesagt, wer macht eigentlich die Lautsprecher durchsagen? Und dann wird es klar, das macht die Sekretärin. Jetzt wissen wir, wer die Sekretärin ist, der muss nur eine Szene vor, nochmal zurückgehen. Da wird sie nämlich gezeigt. Da ist ein kleines Abteil zum Büro umfunktioniert und da sitzt eine Sekretärin, die nun ganz wichtigerweise auch eine Schreibmaschine, bis sie den Brief irgendwo abschicken kann, was soll denn die Schreibmaschine da? Für Notizen? Oder was soll denn die denn? Und sie hat im Prinzip da jetzt ein Telefon. So, und jetzt war mir nicht ganz klar, es wird zwar gesagt, die Sekretärin, aber ich dachte jetzt, ja, ist das denn ihr Chef oder so? Nee, nee, nee. Ich glaube, der Mensch, der da mit ihr sitzt, der telefoniert, das ist auch nur ein Kunde. So ist es auch verstanden. Denn er fragt sie auch noch, wie kann man denn hier angerufen werden? Dann sagt sie ihm sogar noch die Nummer. Also es ist offensichtlich ein Service gewesen, dass man zur Sekretärin geht und da dann Kommunikation nach außen betreiben kann, oder wie? Die dann von ihr auf der Schreibmaschine mitgeschrieben werden und als Protokoll übergeben. Und hier ist ihr Telefonat. Vielen Dank, dass Sie mit der Deutschen Bahn telefoniert haben. Das ist ein Service von uns. Ich habe auch einen Durchschlag gemacht. Sie kriegen die untere Seite. Hier hat Hildegard gesagt, wann kommst du denn an? Also eine Sekretärin, also das ist schon, also überhaupt, das ist ja schon krass, das ist klar, ich meine, wir sind 1981, hast du gerade gesagt, gedreht vielleicht sogar noch ein, zwei Jahre vorher. Da sind wir natürlich in einem Gebiet, wo das absolut unmöglich war. Aber das ist natürlich in der Tat für damalige Verhältnisse wahnsinnig gut, aber umso skurriler für heute. Ich verstehe auch wirklich nicht, also das ist ja wirklich wie so ein mobiles Büro. Als wenn dieser Sitzplatz irgendwann reserviert ist und sagt, nee, Sekretärin, dann musst du jetzt mit der Schreibmaschine aufs Klo. Ist ja auch schön da, ne? Genau. Also irgendwie sowas. Sekretärin auch. Sie ist auch die Sekretärin sozusagen auch damit für alle Fahrgäste. Und natürlich macht auch nur sie die Durchsagen, auf keinen Fall der Schaffner, den wir vorher beim Ticket kontrollieren gesehen haben. Auch das, heute macht einer alles. Ja, ja, ja. Aber das ist der erste Punkt, der nicht schlecht gealtert ist, denn die Durchsage klingt noch genauso undeutlich und luschelig wie heute. Genau. Und auch das Englische wird hier möglichst vernachlässigt oder wird höchstens noch gesagt, wo wir sind. Und das war's. Ja, und man soll ja auch auf die Lautsprecher ansagen. Achten heißt es ja immer. Also ich kann Leute nicht verstehen, die ohne Deutsche Bahn App überhaupt reisen. Da ist einfach alles viel besser zu sehen. Du kannst dich doch, das ist doch, auch das ist tatsächlich alles auch nicht besser geworden. Ja, könnte man so sagen. Auch die Überinformationen. Um dir mal ein paar Realismuspunkte wieder abzuziehen. Jetzt dürfen wir nämlich auf einmal ins Führerhaus. Ach so, ja, da steigt Peter einfach rein. Ja, genau. Das wird ihm quasi so erlaubt. Und dann ist er da einfach und kann sich dann vorne alles an. Ja, das fehlt natürlich jetzt auch noch. Das ist klar. Das fehlte jetzt noch. Ja, aber sorry, jetzt war erztaft. Für drei Mark Aufpreis ist er jetzt Goldkunde oder was? Während der Fahrt nicht mit dem Fahrer sprechen. Weißt du das? Hat mich da nicht gesehen. Hat freundlich gefragt, wurde reingeführt. Der Mensch lässt sich auch nicht stören. Wobei die Sache mit dem Lenkrad habe ich nicht gewusst. Nee, wusste ich auch nicht. Also die Frage hätte ich auch gedacht, warum zum Teufel hast du da ein Lenkrad? Ja, es ist halt einfach nur eine Gangschaltung, die aussieht wie ein Lenkrad. Das hat eigentlich gar keinen Sinn. Unnötig. Hätte man auch anders machen können. Der Optik halber oder was? Ist ja auch heute anders, glaube ich. Ist ja wirklich nur noch ein Schalthebel. Ist ja gar kein Lenkrad mehr. Ja, aber damals hat man sich gesagt, ja, das ist halt ein Fahrzeug. Können die Fernzüge wohl nicht selbstständig die Gleise umstellen? Oder wie funktioniert das da? Kann uns da mal jemand aufklären? Nein, das muss doch mit dem Stellwerk abgesprochen werden. Du kannst doch nicht einfach so irgendwie ein Gleis ändern. Vor allem als Zugführer siehst du doch. Ziemlich machtlos der Zugführer, oder? Ja, natürlich. Guck mal, wenn er das Gleis sieht, wo eine Weiche stattfindet, dann ist es doch schon viel zu spät zum Umschalten. Das wird ja auch gesagt, dass er da irgendwie 1000 Meter braucht und so weiter. Was für eine Macht hat der Lokführer? Menschen töten. Also ich meine, der kann die Geschwindigkeit beurteilen. Die könnte man nicht noch automatisch steuern. Also bei einer Straßenbahn verstehe ich das ja. Da sind ja Autos und die sind ja mitten im Leben quasi. Und ich habe das auch oft erlebt hier bei der Straßenbahn, der sogenannten Tram, dass die dann mal so kurz aussteigen und dann müssen sie mit so einem, ja, mit so einem Gestell irgendwie die Weiche noch manuell machen, weil die sich nicht umge... Das ist alles so ein bisschen, ja, so ein bisschen mechanischer noch hier. Aber da, ich meine, bei so einer... Jetzt sind wir natürlich über 40 Jahre weiter. Braucht es da noch... Also wenn der sowieso... Klar, wenn sich jemand vor den Zug schmeißt, kann er nichts machen. Wenn da das Gleis verstellt ist, die Weiche falsch ist, kann er nichts machen. Braucht es ihn überhaupt? Die Frage kannst du dir doch selbst beantworten. Es gibt doch autonome Züge bereits. Nein, es braucht ihn nicht. Und kann man das nicht von da steuern? Wird ja doch in dem Clip auch schon erklärt. Er kann ja sowieso nicht eingreifen. Weißt du, was ich meine? Man sagt ja sonst gerne, na ja klar, den Fahrer braucht es noch. Wenn was nicht klappt, dann muss er ja eingreifen. Aber hier kann er ja sowieso nicht mehr rechtzeitig eingreifen. Verstehst du mich? Denn es wird auch bei ihm bereits eingegriffen, auch das hatten wir ja in der Lokomotiv-Folge hier, Peter will auf die Schiene. Sifa, Sicherheitsfahrer-Schaltung. Ach ja, genau. Denn wenn er nicht bestätigt, dass er wach ist, oder beziehungsweise, das finde ich halt auch so geil, ey, schläfst du schon? Oder so. Wenn er nicht bestätigt, dass Sifa... Ach, Ding. Mann, ich kann doch nicht reden. Ja, wenn er nicht regelmäßig aufdrückt. Genau. Dann wird das Ding angehalten. Also, der Zug kann von außen... Aber guck mal auf Ebay, ob es da nicht irgendwie so einen kleinen Klopper gibt. Es gibt unterschiedliche Sifa. Also, es gibt einen Knopf, es gibt einen Fußpedal, es gibt sogar das Fußpedal invertiert. Das heißt, du stehst die ganze Zeit auf dem Pedal und um das Sifa zu bestätigen, musst du die Füße einmal hochheben. Das ist ja richtig scheiße. Weiß jemand von euch da draußen, wie das heute funktioniert? Also, jetzt wäre es doch mal wirklich gut, da mal abgeholt zu werden, weil, wie sieht das aus mit dem Smartphone? Wie sieht das aus mit Unterhaltung? Wie sieht das aus? Braucht es ihn überhaupt? Und gerade in dem Wissen, dass es ihn vielleicht gar nicht unbedingt braucht, ist man vielleicht noch unaufmerksamer und drückt nur mit dem Finger auf Sifa, aber eigentlich levelt man sich gerade irgendwo hoch. Ich glaube, es ist im Prinzip nur die Kosten der Umstellung zum Autonom. Das Personalkosten anscheinend immer noch günstiger ist als die Umstellung des Ganzen. Das Problem ist einfach diese Trägheit, weil er kann ja sowieso nicht eingreifen. Ich würde ja sonst immer sagen, egal was ist, egal wie automatisch, es setzt auf jeden Fall noch eine Person daneben. Aber hier, da kann er ja nur noch zugucken, wie er jemanden überfährt. Ah, ja, ja. Also, ja, du kannst es automatisieren, wo es halten soll, wie lange die Tür offen gehen, welche Station als nächstes kommt. Das kannst du alles von außen steuern. Ja, aber andererseits, nehmen wir mal an, es ist windend jetzt arg und so, das wäre schon besser, wenn jemand, der noch da ist, beurteilen kann, macht es noch Sinn, jetzt hier noch zehn Minuten weiterzufahren oder nicht. Auch das könntest du von außen steuern. Du kannst die Lage einschätzen, auch über Kameras und Ähnliches. Du hast alle Messwerte, die du brauchst, kannst du dir auch geben lassen. Im Prinzip geht das alles. Aber es ist halt in der Tat nicht nur die Kostenumstellung, sondern du brauchst auch Leute im Hintergrund, die das natürlich alles steuern und überwachen und supporten. Und ich glaube, das ist immer noch teurer als Personal. Es gibt doch auch irgendwo schon U-Bahnen, die autonom fahren und so. Habe ich doch gesagt, ja klar, es gibt autonomes Fahren. In Nürnberg ist eine zum Beispiel und in Japan gibt es ja auch welche. Also, im Flughafen kenne ich das so von so Skytrains und so weiter, die dann wirklich immer die gleichen fünf Stationen fahren. Ja. Ich finde das okay. Da würde ich aber, bei solchen Sachen sehe ich noch eher den Nutzen einer Person. Hier halt, obwohl es ja eigentlich viel schneller und gefährlicher ist, sehe ich komischerweise den Nutzen des Fahrers nicht mehr. Es gibt natürlich auch noch so ein paar Punkte mehr, die er machen muss als Fahren. Es gibt natürlich, wenn du so eine Ausbildung zum Lokführer machst, du musst natürlich auch Rettungsdienste leisten können. Wenn jemand irgendwo auf diesen, mir geht's Scheiße, Knopf drückt, hier Rettungsdienst oder so, dann musst du anhalten und nachgucken, was los ist. Gegebenenfalls erste Hilfe leisten. Sowas existiert natürlich auch noch. Es gibt ein bisschen mehr als nur Fahren noch. Gut, aber ich sage mal, da ist ja auch noch Bordpersonal. Ja, nee, eigentlich nicht. Wenn wir jetzt vom öffentlichen Nahverkehr sprechen. Achso, nee, gut, da stimmt, ach gut, klar. Wenn wir jetzt natürlich wieder bei der U-Bahn sind, hast du recht. Und auch bei Eskalationen oder irgendwelche Bedrohungen, kriegt ja keiner mit, wenn man da nicht noch kurz jemandem Bescheid sagen könnte. Warum willst du eigentlich die ganzen Leute arbeitslos machen gerade? Nee, das ist ja auch mal eine gestellte Frage hier, Julian, was ist los? Wieso musste der Schrankwärter da, der wurde wegrationalisiert, aber der Typ, der nichts machen kann. Vielleicht ist der Schrankwärter jetzt Lokführer geworden. Ja, vielleicht. Naja, gut. Also, das auf jeden Fall ist interessant, ohne weiteres, aber auch allein das, dass sie ja da fahren können, der kann ihm alles erklären und so, ne? Aber andererseits habe ich gehört, da weiß man auch wieder, und zwar hoffentlich, hoffentlich sind jetzt Leute da, die sich mit sowas auskennen bei uns unter den Hörern. Denn ich habe ja auch in irgendeiner Dokumentation mal gesehen, bei Eurobrings und so weiter, dass die fliegen ja auch im Prinzip alle automatisch. Der Pilot und Co-Pilot sitzen noch dabei, können eingreifen, machen auch manchmal eine manuelle Landung, damit sie es nicht verlernen, aber da ist auch im Prinzip alles bereits mit Start und Stop vorbereitet worden. Also, wenn ich immer an meinen Horrorflug nach Krakau damals denke, da brauchen es dann natürlich Leute, klar. Das haben wir ja, also ganz kurz erklärt, drei Landeversuche benötigt, weil wir halt sehr schlechtes Wetter hatten und haben dann auch noch einen Ausweichflughafen in Katowice nutzen müssen. Da wäre automatisiert, da würde ich heute mit dir keinen Podcast machen, sage ich dir. Den würde ich da ja auch nicht wegrationalisiert sehen. Aber ich meine, selbst das funktioniert ja. Dass diese auch im Prinzip sagen können, heute ist super Wetter, heute machen wir gar nichts. Ja, gut. Nämlich krass. Ja, okay. Weiter geht's. Peter, steig jetzt mal ganz kurz aus. Denn in Frankfurt steigen wir um und da habe ich mich gefragt, ist das realistisch? Weil wenn du von München nach Dortmund willst, steigst du in Frankfurt um? Na gut, das Bedarf, was eine Recherche auf db.de ist, ist tatsächlich so. Also du fährst über Frankfurt. Das ist gut, das ist halt ein sehr, sehr großer Umstiegsbahnhof, finde ich aber irgendwie ein bisschen komplex. Also wir fahren ja im Prinzip ein, ein, ach so, ich dachte, das wäre jetzt der Dortmunder Bahnhof, den wir uns jetzt angucken. Nein, wir sind doch, wir sind doch in Frankfurt, oder? Also wir sind in Frankfurt ausgestiegen und er steigt um und er sagt, guckt euch jetzt den Bahnhof an, so war das. Oder wir sind in Dortmund, ich kann es ja nicht sagen. Jedenfalls wird das dort erwähnt, dass wir über Frankfurt fahren und das fand ich so ein bisschen unrealistisch, aber es ist tatsächlich so. Na gut, das ist wieder ein Beweis, dass man mit dem Auto schneller ist. Also was? Welchen Bahnhof wir auch immer sehen, wir sehen nämlich jetzt noch, das fehlt natürlich auch noch. Ja, die Bahnhofe. Ja, das ist ein Bahnhof natürlich auch ein Erlebnis einkaufen beinhaltet, wo es einmal nichts mangelt. Wir sehen einen Blumenverkäufer, weil wir sind alles möglich. Diese Zeitschriften, diese Zeitschriften. Ja, oh ja, Zeitschriften. Das war jetzt auch so, wenn ich sowas mal sehe, dass so, witzigerweise habe ich jetzt zweimal gedacht, einmal in einem, als ich in London war, da sind nämlich in jedem Bus, liegen da so Tageszeitungen aus, die jeder so mitnehmen kann, wo ich denke, naja, ist das nicht eine unglaubliche Papierverschwendung? Also sind das nicht, lohnt sich das wirklich? Das denke ich mir aber auch jedes Mal, wenn ich hier im Treppenhaus die Düsseldorfer Zeitung und so sehe, eigentlich ist das alles so ein bisschen, da müsste man mal wirklich mal eine Umfrage machen, wie viele Leute das wirklich sich angucken, ob man das nicht komplett, auch da würde ich gerne wieder Leute arbeitslos machen, ob man das nicht komplett wegrationalisieren kann, diese eh kostenlosen Zeitungen. Ach ja, schwierige Sache. Ich meine, die kann man doch immer noch beim Arztwartraum ausstellen, da sind so drei, vier Monate alte Zeitungen. verschiedene wöchentliche Stadtregionale Tageszeitungen und so, es ist wirklich, also das ist irgendwie, ich glaube, das wird hoffentlich irgendwann aussterben, diese Generationen, die sich da überhaupt noch die Mühe machen, das zu legen. Ich denke, das wird auch irgendwann verschwinden. Klar wird es immer in gewisser Weise Printmedien geben, das will ich nicht abstreiten, aber dieses Überangebot an kostenlosen Tageszeitungen, ja. Ja, ich stimme dir ja zu, aber du kennst doch die Zielgruppe, die das kauft. Ja, als Wetten, dass jetzt lief, vor der Woche, das ist die Zielgruppe. Da hat Thomas Gottschalk gesagt, ja, okay, er hat dann irgendwie so einen Satz gesagt, dann sagt er, ja, dann schreibt ja am Montag wieder die Presse. So, ich denke, ja, okay. Gut, das ist Thomas Gottschalk, der aber auch Influencer nicht leiden kann. Insofern, so ist es. Schwieriges Thema, schwieriges Thema, so. Bis Abend. Genau, denn wir haben, ja, das Reisenziel erreicht Dortmund, aber was dort eigentlich passiert, das bekommen wir gar nicht mit, denn wir wollen ja einzig und allein Werbung für die Bahn machen und deswegen fahren wir jetzt einfach wieder zurück, ohne zu wissen, was wir in Dortmund gemacht haben und zeigen uns jetzt. Er hat die Erbschaft abgeholt. Ja, aber das dürfen wir nicht sehen. Das dürfen wir nicht sehen, wir bleiben am Bahnhof. Genau, denn wir wollen ja einzig und allein um Züge uns heute drehen und deswegen nehmen wir jetzt, oh doch, ich mache die noch schlecht, nehmen wir jetzt einen Schlafzug. Jetzt mal ganz kurz weg von der Bahnwerbung. Julian, private Stories. Schlafzug? Habe ich noch nie gemacht. Ach schade, ich nehme mich auch nicht. Fände ich aber interessant. Ich würde ja irgendwann mal, ich wohne ja jetzt mittlerweile in Hamburg, weiß nicht, ob du es schon mitbekommen hast. Du bist umgezogen, jetzt aus Gießen raus oder was? Ja, ja, ich habe Gießen den Rücken gekehrt. Krass, oder? Ich habe was aus meinem Leben gemacht. Ich darf nichts trinken zwischendurch. Okay, Du kannst ja hier recht einfach nach Lübeck und wie heißt das, Travemünde und dort fahren ja, Trotz der Welt ist das ja auch das Hamburg. Da fahren ja auch Schiffe nach Malmö, nach Schweden und die fahren ja über Nacht oder beziehungsweise so lange, dass du dort ein Schlafabteil bekommst. Ich weiß, Schiffwerbung ist jetzt nicht gern gesehen in der Bahnfolge. Nee. Aber das würde ich ganz gerne mal machen. Ich würde einfach ganz gerne mal, ey, das ist doch eine Traumvorstellung. Du schläfst einfach in der Zeit, in der du fährst. Ja, ja. Aber dass das nicht so komfortabel ist, das sehen wir hier auch gleich. Es gibt ja auch noch so Nightliner und so, das gibt es ja immer noch alles. Nightjet, genau. Man kann auch über Nacht nach Polen und so weiter. Und ja, habe ich noch nie gemacht. Sind die denn auch dann deutlich langsamer? Ja. Ja, 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 die brauchen Ewigkeiten. Die brauchen elf, zwölf Stunden für eine Strecke, die normal vier Stunden braucht oder so. Wahnsinnig. Ja, es klingt jetzt so, wie du es gerade beschrieben hast. Klingt das natürlich toll. Aber dann gucken wir uns doch jetzt, da muss ich sagen, ist der Film jetzt realistisch dargestellt. Weil, da wird einem die Lust auf diese Nachttour auch direkt wieder ein bisschen verdorben. Dann gucken wir uns doch mal an, ob Peter einen Single Room gebucht hat oder ob das nicht einfach mit fremden Leuten nachts, die auch noch miesbeterig außer Decke gucken, dann eher so eine Nacht ist. Vorher wird er ja noch gefragt, was er morgens frühstücken will. Er wird ja freundlich abgeholt, quasi begrüßt und reingebracht in den Zug. Und dann wird er gefragt, was wollen sie denn morgens frühstücken? Und Peter nimmt einfach erstmal alles. Orangensaft, Frühstück, Kaffee, Ei, nehmen wir alles mit. Und wann er geweckt werden möchte. Und das ist ganz interessant. Denn eine Stunde, bevor wir halten, möchte er geweckt werden. Möchte aber komplettes Frühstück mit Kaffee und Orangensaft und einem drüber und anderen. Schauen wir mal, ob das überhaupt noch gut geht. Jetzt kommen wir erstmal in dieses sogenannte Jugendherberge-Sechsbettzimmer. Bitte alle schön einmal ausziehen. Einer schläft schon, Peter macht sich frei. Ja, wahnsinnig nervig. Ey, das sind sechs Betten auf ganz, ganz engen Raum. Also Jugendherberge ist noch höflich formuliert. Das ist ja wirklich ganz schlimm. Super, super. Das ist aber auch wirklich so. Ich kann aber auch sagen, es ist möglich, das Ding alleine zu buchen. Also die Kapazitäten haben die anscheinend heutzutage, dass man so ein Ding, so sechs Betten alleine buchen kann. Das Problem ist, dann bist du zwar alleine, du hast aber trotzdem diese 80 Zentimeter breiten Mini-Betten, mit denen du halt, ja, die anderen fünf noch angucken kannst. Ich habe noch nie darüber nachgedacht, also so wie Peter jetzt, um mal von einer Stadt in die nächste zu fahren, hatte ich das auch für gar keine, wenn, also, wobei, selbst nach Paris, das macht ja alles, das kann man, also, ich weiß nicht, ob ich das jemals benutzen würde. Das müsste dann schon so eine lange Reise nach Krakau oder so sein. Also Ausschlafen ist nicht drin, das kann ich dir jetzt schon sagen. Das funktioniert nicht. Besonders nicht, wenn dort Spielkinder existieren, Julian. Was, was ist jetzt hier los? Ja, das ist natürlich ein guter Twist, weil der andere Passagier, der guckt ja so ein bisschen genervt so aus seiner Decke raus. Ja, natürlich. Und jetzt will Peter natürlich aber trotzdem noch wissen, was hat er denn da jetzt geerbt? Er hat so eine Box mitgebracht, so einen Karton und hat da halt vorher noch gar nicht reingeguckt und er weiß halt jetzt nicht, was ist da jetzt drin? Ist da jetzt doch ein Haus drin oder ein Silberbesteck? Und es ist tatsächlich eine Modelleisenbahn drin. Da hat er aber Glück, dass er in einem Sechsbettzimmer ist und auf einmal irgendwer sich mit dafür begeistert und die auf seiner Bettdecke dann da mitspielen und das ist so ganz... Ja, und es wird ja sogar noch besser. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, schläft ja sogar sein Zimmernachbar noch mit der Lok in der Hand ein. Ja. Alter Falter. Ist das nicht süß? Wenn du das jetzt Richtung Realismus-Knick setzt, gut. Wird denn in einem Realismus auch so eine Traumsequenz mit eingespielt? Ja, das ist wie ein Videoclip zu sehen. Das ist wie so ein Song. Jetzt kommt ja noch... Was war das überhaupt für ein Lied, was er da hat? Das hatte ich ja doch die ganze Zeit noch im Ohr. Wie ging das noch? Ich habe hier leider keinen Sound auf diesem Spielgerät. Ja, genau. Peter träumt jetzt im Prinzip noch alles andere, was er noch erleben kann. Denn wofür es nicht gereicht hat in der Folge, da bedienen wir uns einfach der Filmtricks, ja? Diesen sogenannten Visual... Nee, Visual ist es ja nicht virtuell. Was für ein Effekt wäre das denn jetzt, wenn der echt gemacht ist? Das ist nicht CGI, das ist halt ein anderer Begriff mit V. Das hat Videoschnitt und so nichts zu tun. Achso, ich auch nicht. Denn alles, was wir jetzt nicht noch zeigen können, das verbauen wir einfach im Traum und tun so, als wäre es einfach geschehen. Er war überall dabei. Er haut auch noch da irgendwie die Kohlen ins Feuer. Genau, als ob er selbst Lokführer wäre durch die alten Züge reist und dann Guten Morgen, Peter. Das ist ja furchtbar. Stell dir jetzt mal vor, du hast so ein Sechsbettzimmer. Du bist der Erste, der dort ankommt. Ja, du darfst dir jetzt erst mal ein Bett aussuchen, aber dann hast, bangst du, dass gegebenenfalls noch fünf Leute dich wecken, während du versuchst, in dem eh schon sehr ruckligen Zug einzuschlagen. Ja, die sich dann wieder aufwaschen und ausziehen und guten Abend sagen. Und für die doppelte bestialische Premium-Arschkarte wollen diese fünf Leute auch noch alle früher aufstehen und geweckt werden als du. Klar, natürlich, ja. Die wissen ja überall unterschiedlich raus. Denn der Lokführer, nein, nicht der Lokführer, der, ähm, ja, nennen wir ihn, Schaffner einfach oder Bordpersonal weckt Peter, indem er einfach die Tür aufmacht, liegt er so, so, guten Morgen. Peter will aufstehen. Peter hat ein Frühstück, eins bitte. Erst mal Morgenwäsche. Genau. Denn das ist es jetzt. Peter hat jetzt genau eine Stunde Zeit, wissen wir ja, und kann jetzt Morgenwäsche betreiben, sich erst mal schön waschen, geht dann irgendwo ins Bistro und isst noch mal. Das wäre mir viel zu knapp. Viel zu knapp. Das funktioniert nicht. Sein Zimmernachbar ist übrigens Herr Dr. Klöbner. Ach ja, dieser kleine Zwischengag, Herr Dr. Klöbner. Haben wir da irgendwo schon mal wieder untergebracht. Wollten wir das letztens erst gehört bei der Löwenzahnfolge. Irgendwas, keine Ahnung, erscheint Lorio-Fan zu sein auf jeden Fall. Und ich finde das wirklich auch beeindruckend, dass der Schaffner oder wer auch immer das ist, auch noch die Eier kocht. Gut. Du wolltest ja wegrationalisiert haben, jetzt muss der Typ das auch noch machen. Na toll, danke Julian. Aha, ja. Und Peter hat auch leider, also erst mal unterhält sich ja noch, während das wirklich sehr große Frühstück einhängt, unterhält er sich ja noch mit jemandem, wo Peter auch sagt, haben Sie denn kein Auto? Und der Mann sagt, na doch, natürlich habe ich ein Auto. Na selbstverständlich habe ich das. Aber ab und zu mache ich das ganz gerne mal so. Und dann zählt er so ein bisschen auf, warum. Es ist gemütlicher, kein Stress. Ja, aber nur gerade über Nacht. Ja, auch so geil, wie er dann sagt, ich gönne mir ganz gern mal so eine Zugfahrt. Und ich denke mir dann halt, das freut mich für dich, weil so viele Leute das nutzen müssen. Ja, es ist halt ein Werbefilm. Hier wird ja gesagt, obwohl man ein Auto hat, schöner ist es ja eigentlich mit der Bar. Und Peter sagt so, nee, nee, jetzt nur wegen der Erbschaft, dass er jedem von dieser Erbschaft auch erzählen muss. Und das Geile ist ja, ja, was macht denn sonst Peter? Ja, der leiht sich immer Autos von irgendwelchen Tanten. Das ist ja auch nicht besser. Na gut. Ja. Wir sind angekommen, beziehungsweise nicht ganz, wir steigen wieder um, aber den Rest der Fahrt, jetzt haben wir wirklich nichts mehr zu zeigen. die will dann, nee, da würde ich sagen, jetzt ist ja Wortschreiten. Ja, es sind ja einige Themen konnten jetzt, also was wie Verspätung oder so, oder Zugausfälle oder Reparaturen am Gleis und sowas, das kommt ja alles nicht vor. Oder, äh, noch schlimmer, Zugverspätung wegen verspätetem Personal und sowas, was es alles gibt. Das bleibt alles weg. Wir haben ein rotes Signal vor uns und können deshalb nicht weiterfahren. Es geht in Kürze weiter, bitte bleiben Sie sitzen. Fehlt alles. Fehlt. Warum? Das fehlt, ja gut. Weiß ich nicht. Darf ich jetzt einen schönen kurzen Abspann? Das war's. Ja, guck mal, sind wir doch relativ gut durchgekommen mit etwas über 40 Minuten. Ja. Es ist schon eine Menge Input jetzt so da gewesen, ne? Ja, ich habe auch, ich würde auch ganz gern nochmal die Folge besprechen, weil ich habe Angst vor den Bewertungen, die mir zu teilen. Wir haben bestimmt unglaublich viel vergessen. Wir haben bestimmt auch, glaube ich, unglaublich unterschiedliche Bewertungen. würde ich behaupten. Auf jeden Fall. Also ich weiß ja nicht, ich werde mir die Folge gleich nochmal angucken. Boah, das ist ein komischer Mensch. Ich mag ja so alte Sachen. Ja, aber das, ja okay, sprechen wir darüber. Ja, okay. Kein Problem. Wir kommen erstmal auf den gleichen Nenner, glaube ich, und müssen das trotzdem jetzt einmal einspielen. Lerneffekt. Also ich habe 30 Punkte. Ja, gut, okay, also 10 von 10. Ich meine, was soll man da jetzt noch? Also das wäre wirklich schlecht, wenn wir da jetzt uns noch anmaßen, zu sagen, Moment mal, ja, der hätte man schon noch erwähnen können. Gut, dann kommen wir hier ja schon, weil ich nicht kann. Eine schöne Sache, ja. Ja, und weiter? Alles klar, weiter geht's, nichts weiter zu sagen. Realismus. Ja, und, was ist da jetzt los? Also tatsächlich, was ist da jetzt los? Du machst mich jetzt wahrscheinlich steinigen, ja, aber ich habe für den Realismus eine 9 vergeben, denn es ist für mich in Ordnung. Klar, gut, wenn man jetzt sagt, ja, kommt da jetzt ja wirklich, also wenn du jetzt in Frage stellen möchtest, dass es vielleicht die Bereitschaft ist, die es sonst nicht hilft, ihm alles zu zeigen, das ist vielleicht das, wo man sagen kann, aber ansonsten, ja, aber ansonsten, diese Bereitschaft existiert mal in allen Punkten von jedem Bordpersonal und in allen Richtungen, ich weiß es nicht, als ob es durchgereicht wurde, die haben überall, haben die angerufen mit diesem unfassbar ekelhaften Klingelton, da kommt gleich der Peter Lustig, das ist der, bezeichnet sich selbst der mit dem Schnäuzer, der um 8 Uhr geweckt werden möchte, der wird jetzt hier, überall wird der jetzt Goldkunde, ja. Ja. Was hast du denn gegeben? Gucken wir mal. Eine 6. Hm. Ja. Also auf eine 8 wäre ich vielleicht, da noch runter zu handeln. Naja, du. Wirst du auch auf eine 7 hoch zu handeln? Wir sind ja kurz vor der 100. Folge, da habe ich dir ja erlaubt, manche Bewertungen zu ändern, insofern kannst du es auch erst mal stehen lassen, ne? Ja, also dann sind wir im Durchschnitt bei einer 7,5. Ja, ist doch eine 8 letztendlich. Ein bisschen schwach. Ne, wieso? 7,5 wird aufgerundet zu einer 8. Ja, gut. Ja, okay, gut, dann ist das so, ich verstehe das natürlich, aber ich sehe es halt anders. Das war kein Problem. Okay, und was du nicht verstehen wirst, ist meine Punktzahl zur Unterhaltung. 10 von 10. Ich meine, das ist doch du, also ich, jetzt ernsthaft. Ich gebe hier wirklich wieder mal eine gute 9. Ich finde die Folge wahnsinnig unterhaltsam, ich finde sie sehr kauzig, ich finde sie in die Jahre gekommen, aber auf eine sehr, sehr lustige Weise. Ich musste sehr oft schmunzeln. Ich fand es auch unglaublich interessant, tatsächlich diese ganzen Leute zu sehen, wie das damals alles so funktionierte. Ich mag ja auch irgendwie so Bahnen und so. Ich fand das vollkommen okay, dass hier das eher so in den Sachbereich ging. Ich fand es trotzdem sehr lustig umgesetzt. Für mich ist es eine 9. Darf ich dir damit mitteilen, dass du ja quasi 28 von 30 Punkten vergeben hast, also genauso viel wie bei der Rattenbrot-Reinhilte deiner Lieblingsfolge? Das ist gar nicht meine Lieblingsfolge. Das ist auch ganz blöd eigentlich, dass man so das nach diesen Punkten vergeben muss, weil ich finde die eigentlich eher so auf dem 10. Platz oder so. Ich finde die gar nicht so doll, aber nach den Bewertungen hat die halt sehr gut abgeschnitten. Und hier ist das eben genauso. Hier sogar noch ein bisschen besser. Ich würde sogar noch sagen, sie ist ein bisschen besser als die Rattenbraut. Aber die Rattenbraut hast du in der Unterhaltung 10 gegeben und hier 9. Ja, ja, ja. Ja, muss ich mal ganz kurz deine Bewertung hinterfragen. Blöd, finde ich auch blöd. Man müsste sagen, die Rattenbraut-Folge ist eine richtig gute Folge. Dieses hier ist ein bisschen, ja, sie macht mir aber trotzdem wahnsinnig viel Spaß. Ich würde mir sie lieber angucken, obwohl ich sagen muss, ja eigentlich ist es natürlich, wie wir jetzt auch an deiner Bewertung gleich sehen werden, die Rattenbraut-Folge deutlich unterhaltsamer. Hier ist natürlich auch so der persönliche Bezug und ich mag dieses Flair. Ich mochte das, ja, schwierig. Was hast du ihnen gegeben? Eine 3 oder was? Wir hören uns nächste Woche wieder. Wirklich? Eine 3? Wieso? Nein, nein, ich habe keine 3 da stehen. Aber ich finde, ein Punkt ist ja auch noch gut gemeint, oder? Nicht dein Ernst. So schlecht ist die Pöme. Tut mir leid. Ich habe die das erste Mal geschaut und dachte, boah, bitte, wann ist die Folge vorbei? Tipp aufs Display. Ah, ich habe erst 5 Minuten geguckt und dann habe ich, keine Sorge, wenn sowas ist, ich möchte nie wieder den Fehler machen, ich habe sie dann noch ein zweites Mal geschaut und daher war ich erst bei 3 Minuten und wollte, dass die Folge vorbei ist. Ich verstehe, dass diese Besprechung, die Kauzigkeit dahinter einfach tausmal unterhaltsamer ist als die Folge selbst. Ich fand das eine ganz, ganz unangenehme Werbeveranstaltung und das zweimal. Ich habe es nicht ausgehalten. Dann sind wir jetzt bei einer 5 im Schnitt. Auch da, heute habe ich sehr viele Fragen an die Hörer. Was, was wollt ihr da jetzt geben in der Unterhaltung? Also das ist, glaube ich, wirklich, gut, das ist Geschmackssache. Ja, das ist, ich glaube, so hart hatten wir das schon lange nicht mehr, der Differenz. Ich glaube, die größte war bei der Folge Immer der Nase nach. Schöne Grüße an Patrick, wo wir 7 und 1 hatten, aber 9 und 1. Wir fahren, immer der Nase nach. Ja. Gut, das war's. Damit ist sie mit 45 Punkten auf Platz 28. Damit kannst du, glaube ich, auch noch reden. Überhaupt nicht gerechtfertigt. Was wäre denn, wenn ich jetzt hier deiner Meinung nach auch eine 9 geben würde? Wäre es ja Platz 3. Das geht ja überhaupt nicht. Das funktioniert ja. Null. Und wo ist die Rattenbraut? Das ist unsere Nummer 1 Folge. Ja, das ist gemein. Dazu habe ich gleich, glaube ich, auch sogar noch Feedback zu sowas. Okay, gucken wir mal weiter. Das war die Folge Die Geschichte von der Eisenbahn. Folge 20. Danach wurde Pusteblume nur noch auf VHS-Kassette weiterverteilt. Okay. Eieiei. Gut. Zeit zum Klingeln? Zeit zum Klingeln. Feedback. Los geht's. Martin hat geschrieben. Die besten beiden Hörspiele von Löwenzahn sind die ersten beiden. Peter auf Schatzsuche und Peters Expedition zum Mond. Weil es diese Folgen eben nicht als Film gibt, sondern das ganz eigenständige Folgen sind, die zwar Elemente aus Folgen aus dem Fernsehen enthalten, aber dennoch separate Geschichten sind. Das stimmt. Das ist so zu sagen. Ich finde es eigentlich eher besser, wenn sie die Fernsehfolge noch mal abbilden, aber so. Ich fand es eigentlich perfekt, weil macht ein Sender auf, weil das die Fernsehfolge war mit aber halt noch mal ganz anderen Einschlag. Aber das ging halt eine Stunde und zehn Minuten. Das tat halt auch irgendwann weh. Die Zeit musst du halt einfach haben, wenn es heißt, du musst die besprechen. Ja, ja, ja. Das ist schon ... Das höre ich dann auch gerne auf anderthalbfacher. Ja, nee. Aber ist das auch zu lang. Ist das auch zu lang. Also die Hörspiele finde ich auch ein bisschen träge. Nee, träge will ich gar nicht sagen. Ich fand die eigentlich immer sehr, sehr gut. Aber ich glaube, wir haben gestartet mit der Miniku. Da habe ich schon gedacht, boah, das sind die Hörspiele. Da habe ich halt einfach ein schlechtes Beispiel gehabt. Ja, gut. Ganz aktuell hat der Hahn geschrieben. Du hast ihn sogar schon geantwortet. Ich hole gerade eure Folgen nach. Ist das noch aktuell, dass ihr den Eisenbahn-Song sucht? Ich finde das immer toll, wenn sich Leute melden, die uns gerade entdeckt haben und das dann so wegruschen. Ja, natürlich habe ich geantwortet, wie du gehört hast. Hat der Folge 8, die besagte Folge 8, Peter will auf die Schiene hier gerade gehört. Ich weiß nicht, wann er dieses Feedback gehört. Ich dachte, ich antworte schon mal, ob er es überhaupt schafft, bis hierhin zu kommen. Falls ja, ist dein Codewort, jetzt müssen wir irgendwas aus der Folge nehmen. Herr Doktor Glöbner, ist dein Codewort, falls du es geschafft hast, hierhin und dein Feedback gerade hörst. Gut. Dann hat der Martin uns noch gesagt, wo die Kräuterhexe überall vorkommt. Vielen Dank. Dann hat Arino uns gefragt, wo man den Jingle oder die Jingles aus unserem Podcast findet. Also unseren Dean kriegst du nicht. Alles Weitere kannst du dir lizenzieren. Genau. Die Musik ist ja unsere Intro-Musik und das ist Dean, ein guter Kollege, mit dem wir auch einen Podcast namens Picknick machen. Den haben wir gebeten, einmal das anzusprechen. gute andere Melodien raus. Dann hat die Kräuter geschrieben, hallo ihr beiden, ihr seid mehr Scherzkekse, denn natürlich sind eure Folgen mit Gästen absolut großartig. Obwohl ich natürlich auch die Folgen mit euch beiden nur sehr gerne höre. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Zum Einschlafen suchst du sich immer meist Folgen mit uns beiden raus. Dadurch hat sie auch einige schon sehr oft gehört. Da würde ich natürlich jetzt gerne die Rückfrage stellen, welche? Welche hast du jetzt schon sehr oft gehört? Die aktuelle, wie auch unsere Picknick-Folge, hört sie immer am Erscheinungstag, ein super Start in den Tag, da sie morgens ja noch oft müde ist. So war es eins gedacht. Vielen Dank dafür. Genau, stimmt. Und ja, gut, das erklärt jetzt natürlich die Aufrufzahlen. Ich dachte echt, wir haben da irgendwas hochgezogen, aber wenn die das zum Einschlafen alle nochmal anklicken, dann ist ja klar. Ja, toll. Nicole war schon fünfmal in jeder Folge drin. Na gut, egal. Musst alle mal fünf rechnen, ja. Tira Masu hat geschrieben, ich glaube der Förster aus der ersten Pilz-Folge könnte ein Schauspieler sein, denn er kommt auch in der Folge eine Ameise kommt selten allein wieder vor. Dann hoffe ich, dass er nie wieder Förster gespielt hat. Das hat auch der Martin noch angemerkt. Master hat geschrieben, montags morgens zum Kaffee, kann man machen. Hercules, unser Till, nicht verwechseln, die beiden Lehrer, hat geschrieben, die meisten eurer Folgen habe ich im Zug auf der Arbeit beziehungsweise dann weiter auf dem Rückweg gehört. Und jetzt, wo ich näher an meiner Arbeit wohne, höre ich während der Hausarbeit oder jetzt krank im Bett. Gute Besserung. Und er hört das Spotify. Okay, Till, wenn du mit uns den Podcast aufnehmen willst, es gibt im Zug auch neben der Sekretärin ein Telefon, da kannst du dann mit uns podcasten. Ja, genau. Wir können dich auch anrufen, musst dir noch einmal die Nummer durchsagen lassen. Loki hat geschrieben, wir waren ja durch diese Killer-Pilz-Folge so schnell durch, das war ja ein rechter, regelrechter Hallimarsch. Witzig. Oh Gott. Und wir können immer wieder gerne Gäste dabei haben, weil er sich freut und das eine Bereicherung ist. Also auch an dieser Stelle noch mal, ich mache heute so viele Aufrufe, wenn jemand von den Hörern ist, der noch nicht bei uns dabei war, aber gern mal dabei wäre, meldet euch bitte. Und wie ist nochmal die E-Mail-Adresse? Mail at hinterbauwagen.de Okay, genau. Das zarte Nil-Pferd fragt, warum lassen wir eigentlich bei den Special-Folgen das Feedback weg? Soll ich oder willst du? Ich kann das machen. Okay. Also die letzte Folge ist halt kein Paradebeispiel dafür, weil wir da in der Tat up to date waren. In dem Regelfall bereiten wir die Folgen schon ein paar Tage, wenn nicht sogar Wochen vorher vor. Deswegen können wir nicht auf aktuelles Feedback eingehen. Wir reden halt nicht gern über ungelegte Eier und deswegen mögen wir immer ganz gern die Specials im Kasten haben, bevor wir überhaupt was dazu sagen. Ja, genau. Die Specials sind tatsächlich wirklich so ein bisschen als eigenständiges Produkt zu sehen und sind nicht unbedingt so wie beim letzten Mal dann genauso im gleichen Rhythmus aufgezeichnet, weil es halt auch oft Gäste hat oder mehr Vorbereitung braucht und so weiter. René Thomas hat geschrieben, er schaut unsere Folgen immer in der Pausenzeit und das heißt dann wohl bei YouTube. Und er meint, das findet es auch gut, wenn wir Gäste einladen, die auch etwas mit dem Thema zu tun haben. Ja, heute hätten wir echt einen Lokführer gebraucht. Das wäre gut gewesen oder zumindest einen, der in der Nerdigkeit drin ist. Da gibt es ja sehr, sehr viele, die, ja, Bahn-Spezialisten, Profis, wie hieß es, Pilzberater, sind. Ja, dann habe ich noch eine gute Nachricht für dich. Und zwar gucke ich ja auch immer gern nach Merchandise und ich gucke immer gern, was gibt es so zu Sachen, wo können wir noch mal angreifen? Wollen wir irgendwann mal auf die alten Löwenzahnhefte reacten oder die Brettspiele spielen? Wir haben ja tausend Sachen, die man machen könnte, sollte, sollte. Und jetzt habe ich bei Ebay was gefunden und das, wenn ich jetzt bei YouTube ein und schicke dir jetzt was zu, da möchte ich dich doch bitten, möchtest du da nicht zuschlagen? Was ganz besonders Schönes habe ich gefunden und zwar den Bauwagen Peter Lustig. Was ist das denn? Da ist jemand, der versucht offensichtlich, das passt jetzt auch gerade zum Thema, weil es gibt so Modelleisenbahn-Zubehör und da hat er einfach dieses schäbige Ding mit Peter Lustig getaggt sozusagen, um es besser zu verkaufen. Das stimmt ja gar nichts. Hast du Interesse? Ist das nicht so Peter Lustig auf Wish bestellt? Also wir sehen, wir sehen an alle, die das Bild nicht sehen, einen grünen Bauwagen mit einer etwas üppigeren Figur in Latzhose. Könnte eher Paschulke sein in Latzhose. Einfach nur irgendwas und das hat er dann so betitelt, damit er gefunden wird. Ich habe es gefunden, aber nicht gekauft. Das hat er ja nicht gefunden. Es gibt aber tatsächlich ein Original, auch vom Richtig Löwenzahn lizenziert, originalen kleinen Bauwagen. Sehr, sehr klein. Sehr, sehr teuer. Aber das hier ist es natürlich nicht. War das das Ding von Herpa? Ja, genau. Gibt es auch ab und zu mal bei Ebay. Kostet aber glaube ich 100 Euro. 200 war das letzte, was ich gesehen habe. Ja, siehst du. Ist mir aber auch zu klein, um mir das als Merchandise hier hinzustellen. Das ist dann wieder zu finschig. Ja, verstehe ich. Na gut. Gut, habt ihr auch Feedback? Lasst es uns doch auf YouTube da. Oder meldet euch per WhatsApp 0151 18442394. Gerne auch mal Sprachnachrichten schicken. Gerne so bis maximal einer Minute. Ich würde auch, werden Sie nicht gerne mal wieder Sprachnachrichten hören. Lange nicht mehr zu aufgerufen. Werde ich jetzt öfter mal machen, damit in ein paar Monaten eine kommt. Ich hatte noch ein Feedback. Wie hämmer das? Hörst du es hinter mir hämmern? Ja. Lass ihn doch mal rein. Was soll denn das? Wie unnötig du bist? Wollen wir es reinlassen? Das ist doch eine Narbezeit. Na, Hallermarsch. Ja, was wolltest du noch sagen? Wir hatten noch ein Feedback von Laura. Hattest du das gerade da oder soll ich das schnell rausführen? Das habe ich, Laura habe ich nicht dabei hier gerade. Was hat sie gesagt? Dann lese ich das ganz schnell vor. Darf ich mal was fragen? Ich bin gleich ehrlich und sage, was Sache ist, damit ihr den Grund meiner Frage verstehen könnt und keineswegs, um mich irgendwie falsch darzustellen oder so. Ich bin seit Geburt blind. Als ich mir die Folge eine Linde namens Paul als Vorbereitung anhörte, kam ich zwar gut mit, dachte mir aber, da würde was fehlen. Habe ich da etwa, ohne es zu merken, eine Zeichentrick-Folge gehört? Gab es da noch visuelle Elemente? Es ist mir aber klar, dass es auch Hörspiele gab. Mir ist eingefallen, dass wir eine CD hieß. Dann geht es noch ein bisschen weiter darauf ein, was darin vorkam. Das sind quasi zwei Fragen. Ich versuche sie mal, wenn ich das richtig verstanden habe, zu beantworten. Eine Linde namens Paul, das war ja die gute Folge, mit die wir zusammen mit Stefan Springer besprochen haben, die hat mehrere visuelle Elemente und das letzte ist das, wo die Bäume in der Jahreszeit gezeigt werden. Geht ungefähr nur eine Minute und wird nur mit Musik unterlegt. Peter spricht ganz am Ende nur im Off-Text drüber. Ansonsten gibt es dort diesen kleinen, diesen kleinen Erbklärer-Typi. Das ist eine Zeichentrick, das ist eine sogenannte Bildergeschichte, der uns mit drei Geschichten so ein bisschen erklärt, warum ein großer Baum mehr Wert bringt als 20 kleine Bäume. Ja, das dazu. Und das, was du beschreibst, die Hörspiel-CD, würde ich ja als Lieder-CD meinen, denn du beschreibst ja, dass Peter dort so ein bisschen moderiert und dann sich von seinem Haus verabschiedet. Das wäre die 2001 erschienene CD, MC, Lieder und Geschichten von und mit Peter lustig. Dort sind nämlich die Songs von ihm verbucht, die er aber nach jedem Track mit so einem Erzählpart unterbricht. Ja, sehr schön. Sehr schön. Lohnt sich. Also wer das nicht hat, auf jeden Fall besorgen oder sich per WhatsApp melden. Ja, die ist auf jeden Fall schön, weil das ist nochmal so ein Mehrwert. Das sind nicht nur die Songs aus der Sendung, sondern halt noch so eine kleine Geschichte drumherum. Ja, das mag ich auch tatsächlich sehr gerne. Ich finde es auch mal schön, wenn wir diese Lieder so in reiner Form bekommen. Sind ja nicht alle Lieder veröffentlicht worden später. Es hat sich übrigens auch noch der Podcast Zuckerstück und Peitsche gemeldet und sich bedankt für die Erwähnung bei der Folge von Stefan Springer. Immer gerne. Ich würde auch wirklich gerne den Matthias mal einladen hier. Jetzt haben wir natürlich die Benjamin Blümchen parallel schon abgefrühstückt. Es wird noch eine geben, garantiert. Aber Matthias hatten wir ja auch schon zweimal zu Gast in einem anderen Podcast. Insofern, da besteht auch Kontakt und wir senden schöne Grüße hin an den Benjamin Blümchen Podcast. Dieses Crossover erlaube ich mir. Abonniert den mal auf YouTube. Der hat noch ein paar Klicks. Kann er noch gebrauchen. Kann er immer rein da. Rein da. Dieses Ding, Bilder einzublenden, da sind wir auch sehr weit vorne mit. Das ist eine Idee, die übernimmt eigentlich keiner. Viele Podcasts werden ja auch auf YouTube dann noch so zweit veröffentlicht, um so gefunden zu werden. Aber das auch so da separat nochmal zu nutzen, das ist irgendwie, das habe ich so noch nirgendwo gehört, außer bei uns. Und da wird auch demnächst noch was kommen, denn wir haben bestimmt auch bald CD3 am Start. So mal ein bisschen Druck auf uns selbst ausüben, dass wir das mal machen. Und ja, ich schulde euch ja auch noch einen Clip, nämlich wie ich das gute, wie heißt es, es war nicht Sprudelio, sondern diese Zitronenlimonade, die Peter da nur mit drei Zutaten macht. Das wollte ich ja noch nachmachen. Den Clip bekommt ihr auch bald. Das ist ja schön, da bin ich ja auch fein raus. Natürlich, ich mache das schon, gar kein Problem. Du musst nur irgendwann konsumieren. Okay, und das nächste, was wir konsumieren, ist eine Folge, die sich der CF aussuchen. Lange her, dass du auch mal wieder eine Folge aussuchen konntest. Jetzt bin ich wirklich gespannt, ob jetzt Fritz Fuchs wiederkommt. Habe ich auch gedacht, aber ich habe dann überlegt, Peter zu nehmen, damit du dir mal eine Fritz-Fuchs-Folge wieder wünschst. Denn du hast dir zuletzt eine Fritz-Fuchs-Folge gewünscht, um mich zu ärgern, mit Schrift irgendwie. Und da kam schon lange nichts mehr von dir in der Richtung. Da kam Moos, ich glaube, das hast du dir auch über den Generator gewünscht, da kam nichts mehr. Früher hast du mich so richtig schön geärgert mit Gaststars und so. Ich bin jetzt auch voll in Nostalgie. Aber jetzt gerade, nachdem wir jetzt hier Pusteblumen wünschen, am liebsten würde ich jetzt doch mal von Anfang an alles besprechen. Wenn ich ganz ehrlich bin. Du, es steht dir frei, aber ich möchte, dass du mir irgendwann mal wieder eine Fritz-Fuchs-Folge aussuchst. Ich vermisse das ein bisschen, wie du mich damals damit gequält hast. Deswegen nehme ich Peter und ich nehme einen Wunsch von Alex. Wir müssen ja mal ein paar User-Wünsche abarbeiten. Und zwar Peter konserviert das Dach. Ah, okay. Eine von den Folgen, wo man auch denken sollte, hätten wir schon längst besprochen, aber haben wir gar nicht. Peter, grüne Wände und sowas haben wir gehabt. Ja, ja, genau. Und das ist ziemlich ähnlich als die Folge 78, glaube ich, von Löwenzahn. Peter konserviert das Dach. Ich weiß, dass er da irgendwie ganz viel Blech auf sein Dach wieder kloppt. Das heißt, wir sind wieder mit Drohnenaufnahmen. Es gab bestimmt zu dem Zeitpunkt Drohnen. Und jetzt gucken wir uns von oben mal wieder ein bisschen den Bauwagen an. Mein Geburtsjahr 1989. Zuletzt gelaufen 2003. Also auch schon lange her, diese ganzen Sachen. Das ist auch das Blöde, dass wir wirklich immer wieder auch zu Classic-Zeiten jetzt immer wieder die gleichen Folgen wiederholen. Das werden wir ja ein bisschen beobachten. Jetzt kommen ja aktuell wieder veralte Folgen. ZDF Neo, ne? Genau. Aber das ist halt irgendwie, es wird immer wieder so ins Gleiche reingegriffen. Mag natürlich auch tatsächlich an Rechten und an weiteren Geldabgaben liegen, die es da sonst zu verteilen gibt. Aber na gut. Wir sind ja dafür da, dass wir das hier alles nochmal aufwärmen. So sieht's aus. Wir wollen uns auch aufwärmen. Gehämmert und gehämmert. Ich muss mich langsam verab... Ist gerade nicht podcastwürdig mein Raum hier. Merk schon. Deswegen, wir wärmen uns auch auf. Gerade bei den kalten Tagen dauert das ungefähr eine Woche. Und wir hören uns dann nächsten Montag frühestens wieder. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ja, dann macht's mal gut. Ich nehme jetzt den Nachtzug nach Köln. Der fährt nämlich einmal über München, damit er auch schön lange braucht. Und morgen früh lasse ich mich dann mit dem Kölsch wecken. Das dauert wirklich sehr, sehr lange. Vor allem muss ich dann auch zurücklaufen. Denn dafür hat das Geld nicht gereicht. Nicht mal für die Holzklasse. Wir hören uns nächste Woche wieder. Dann konservieren wir ein Dach. Und ich hoffe, dass der Handwerker hier bei mir im Nebenraum dann Feierabend gemacht hat. Stell dir mal vor, du gehst doch wirklich in einen Nightjet und sagst, womit wollen sie geweckt werden? Ja, mit dem Kölsch. Ja. Ja.